Und ihr meint echt, das geht? Ja, bis jetzt hat's immer geklappt. Du musst doch nur rübergehen und sowas sagen wie... Ich hab gesagt, ich bezahl unsere Liftkarten. Und dann habe ich die Kreditkarte an der Tankstelle liegen lassen. Klar. Ich hab Geld. Nur nicht genug für alle drei. Letzter Abfahrt, da muss was abgehen. Keiner weiß, dass wir hier oben sind. So eine verdammte Scheiße. Hallo? Hey! Es ist Sonntag und sie öffnen nicht wieder vor Freitag. Die ganze Woche hier sind, sterben wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will nicht hier oben sterben. Hilfe! Nein! Oh mein Gott! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020